ja guten morgen heute nacht war es mal wieder soweit es gab ein update leider war ich auf nachtschicht aber ich habe heute nacht schon einmal kurz in die blogdateien reingeguckt was verändert wurde und wie man sehen kann anubis und anacent sind jetzt drin vertigo und overpass wurden rausgenommen und auch die funktion vom wingman ist derzeitig nicht verfügbar liegt vielleicht an den karten wer weiß warum auch immer auf jeden fall legen wir gleich mal los mit einer runde deathmatch um uns die karten einmal schön anzugucken ich bin mal gespannt also bei anubis bin ich bin ich wirklich gespannt wie das geworden ist weil die karte ja doch recht hält schon von am anfang angewiesen ist das sieht schon schön aus aber die gehen schon mal gut in den kopf oh das war es das ging ja flott nicht viel zu sehen naja dann geht es jetzt rüber zu anacent viele sind auch noch nicht dabei na gut um diese uhrzeit spielt ja auch kaum einer und es geht los bitte entschuldigt ich löffle noch mal ganz kurz was was machen wir city geht nochmal in city rein und es hört sich sehr interessant an irgendwas haben sie mit den hühnchen noch verändert also irgendwie kann man jetzt die hühnchen anweisen zu Wenn ich das richtig morgens habe wow 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 was ist und hier los , hübsch Hrrrrr Fen て assemblyıl Reuego Greco auch ersten Einbrauch und den ersten Toten. So was sollte man natürlich nicht feiern aber Geht doch. Kann ich nachladen? Ich kann sie nicht spielen Mäuschen. Entschuldigt. Also auf jeden Fall sieht das hier schon so nett aus. Die Knappte nehmen es auch vorbei. Einen zumindest erwischt. Und es war ein Bot. Ja jetzt bist du beleidigt. Dann kann ich jetzt wieder ein bisschen spielen. Das war hübsch. Gehen wir nochmal hin. Das klingt komisch. So, dann holen wir mal ein bisschen auf hier. Ja. Botzocke. Das klingt komisch. Das klingt komisch. Pingen kann ich nicht. Warum kann ich nicht pingen? Vielleicht wegen Deathmatch. Ho. Gut. Diesmal nicht. Jupp, dem stimme ich zu. Links, rechts, links. Ist nicht seine Angst. Das ist aber auch fies. Jetzt wird das voll verraten. Das ist aber auch fies. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Habe ich! Trefft man nicht mal das Scheuntor vor der Nase. Zwei gegen eine ist unfair. Aber es ist Deathmatch! Habe ich! Spielen wir doch! Na, rechts kriegen wir geschnitten. Noch mal! Was haben die Bots für Namen? Das ist doch... Schädelkopf. Deswegen wegen Schwimmen! Haha! Ich kann jetzt natürlich leider nicht droppen, aber die Haufen haben keine Sounds, wenn ich jetzt im Wasser weiß. Das haben sie verändert mit den Hühnchen. Ist nicht deren Ernst! Wie cool! Haha! Ja! Ich muss uns da aufholen. Sein Ernst? Hier war man eigentlich. Los go! Los go! Ah! Für den dritten hat es nicht mehr geschafft! Ja, reicht! Erst dich! Dann dich! Krieg noch einen dritten! Ska! Los go! Zu hoch! Puh! Der war böse! Ich mag das! Dass man die Schüssel so in der Luft sehen kann. Genutzt... Ah! Ah! Ich glaube ich von dem ja. Duats. Du 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 du. Da war er schon mal. Ich bin aber nicht schnell mit dem Duats. Es ist mir so leid. Ich bin voll eingerostet, was das betrifft. Ein Kopfschuss, hast du passiert. Ich mach noch was. Da kann ich klicken, wie ich will, so schnell. Da bin ich gleich. ich bin wieder hier hein k wieder Was ist denn? Komm, ein Spill muss ich noch Mist Und auf dem Resultier-Teller stand ich Ah, hinter mir war er Zumindest Platz 3 habe ich noch geschafft Trotz Katze auch mal Klick! Nein, ich konnte nicht mehr klicken, schade Meisten massakierten Hühner 19 Okay Den Spruch habe ich auch noch nicht gesehen Dann lasst uns jetzt einmal rüberswitchen zu Ah, du bist Geht gleich los Eine Runde spiele ich noch Okay Prinzessin Machen wir mal T Ist ja egal Ah, nur Bots Ich kriege jetzt noch einen Levertränen Und los geht's Guck mal wie ein 19 toppen kann Wie ist das denn? Das war auf jeden Fall kein Bot Schade Oh Oh Yes Ich habe die Pferde gezählt Ich muss das gerne Danke Ah, da hat er sich da versteckt Was mit dem Wasser ist Was mit dem Wasser ist Das macht Spaß Deswegen haben wir was damit gemacht Für die Hühnchen Wo sind die überhaupt Oh, wer hat sich gespritzt? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Peter! Ich kann mich natürlich. Das ist gut. Nachschlag! Ja, da haben wir mal ein bisschen geblieben. Gehen wir mal wieder hin. Das ist schön geworden. Das hat sich ja doch noch schnell gelohnt. Also das Switch auf die Bonuswaffen geht ja echt ruckzuck. Der schießt schon bevor ich um die Ecken komme. Dreckiger Gott. Fuß gerufen. Getroffen. Und erledigt. Zwei auf ein. Nein! Das ist schön. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Da. Auf. Die Rache des Borgs. Siegel! Soll ich den Siegel probieren? Siegel ist schlecht. Bleiben wir beim Pumpe. Ich liebe es, wenn die Hütchen schwimmen. Nicht 2 auf 1. Das ist fies. Stimmt. Geht doch. Mensch. Stimmt. 2 zu steigen. Ich freue mich nicht. Der Luzi. Dafür habe ich mich nicht schnell gemacht. Ich bin wieder zurückgegangen. Ich bin wieder auf der Kette. Das zu sehen. Ich darf nichts mit dem Bord. Ich bin wieder auf dem Bord. Ich bin wieder auf der Kette. Wie geht der durch? Ja, ich komm vor Ort. Vier Schuss! Sein Ernst? Schade. Ich spiel die Karte ja nicht so oft. Deswegen habe ich mich recht irritiert, was den Sound betrifft. Und die Bits, die kommen ja schon pre-feierend um die Ocke. Äh, um die Ocke. Hey, ich wüsste mich. Verdammt. Ja. Oh. Interessant, das Glas. Ja, das ist klar mein Freund. Oh. Durch die Beine? Sein Ernst? Wenigstens durch die Wand noch. Aber der Schuss ging durch die Beine. Weggewumst. Ich hätte die Spritze nehmen sollen. Klar, durch die. Was ist zu denn? Na gut. Ja. Ich muss jetzt nicht wegfahren werden. Los. Es locationslos. Und, die sind weg. ja ich bin zwar der geworden zum ersten jetzt nicht mehr gereicht hühnchen steht leider auch nicht da wie viele es gewesen sind aber es waren nicht wenig vielleicht habt ihr mitgezählt schreibt es in die kommentare ansonsten bedanke ich mich wieder mal fürs zuschauen und wünsche viel spaß und hoffe vielleicht noch eine vierte beta präsentieren zu können ansonsten drücken wir die daumen das ist im sommer vielleicht diesen monat noch im august wäre doch schön und dann könnten wir alle miteinander spielen in diesem sinne bis zum nächsten mal